Wer hat das nicht in diesen Zeiten? Hier genau, wir alle haben schlimme Erfahrungen gemacht. Und seine Mutter stand direkt da und sie getestet wurde. Und es gab nichts, was wir über sie tun können. Das ist so, dass wir uns zugehört haben. Ich habe... Ja. Also, eigentlich wollte ich ja weiter nach Nürn, ne? Aber gewisse andere Personen bestimmt. Zum Beispiel diese komische Frau und der Typ hier eben. Sicherheit. Und wenn es nur für zwei Tage ist. In den zwei Tagen können wir uns gut erholen. Ach, die Eltern. Ja, die haben wir noch mal gesehen. Aber da waren sie leider schon etwas... eigenständig, ne? Vielleicht... Vielleicht hast du es. Sie sterben. Das ist schwer. Ich, äh... Ich habe meine Leute auch verloren. Hey, ich bin sorry. Ich... Ich sollte nicht sagen. Ach, ist schon okay. Jeder hat solche Erfahrungen gemacht. Heutzutage ist das nicht mehr so schlimm. Meine Eltern waren auf vacation und liefen mich mit einem Babysitter. Und sie kamen nie zurück. Wir gingen in Savannah, um sie zu finden. Aber sie waren bereits tot. Ich bin sorry, dass ich das höre. Ich erzähle ihm die Wahrheit. Er scheint vertrauenswürdig zu sein. Dieser Mann hat mich gefunden und mich erinnert. Wir haben uns mit anderen Überlebenden und wir haben alle versucht, es zu machen. Aber... es funktioniert nicht. Ja, die sind nach und nach alle gesturmen. Sein Name war Lee. Er hat mir gelernt, wie zu überleben. Er ist der Grund, warum ich meine Haare kurz halten. Was... ... hat mit ihm passiert? Ich töte ihn. Er hat mich gebeten, um mich zu beschützen. Und ich konnte nicht mehr wissen, bevor er sich umgekehrt hat. Ich musste. Warum ich bin, wie ich bin. Oh, Fischen ist gut. Der Pete hier scheint nett zu sein. Der ist nett. Ja, der heißt ja fast Peter, ne? Da muss man ja nett sein hier. Also, wenn wir mal ehrlich sind. Kennt ihr einen Peter, der nicht nett ist? Und sagt jetzt ja nichts Falsches. Sei nicht böse zu mir. Ich bin vollartig und so. Ich würde mich nicht entschuldigen, wenn ich dich wäre. Vielleicht hast du alle anderen. Aber nicht mich. Ich bin eine kleine Frau. Du kennst, was du machst. Du hast genug Probleme. Und wir brauchen keine neue Sachen. Entschuldige? Ich brauchte nur ein paar Hilfe. Du hast es. Jetzt geh. Hm. Ich bin sorry, okay? Es ist zu late für das. Ich wusste, dass du, wenn du aufrufst, ein Problem wäre. Ich meine, ich kann die Leute schon ein bisschen verstehen. Aber irgendwie... Schau mich nicht so an, du blöde Kuh. Sonst hast du gleich keine Augen mehr. Du, die löffel ich dir raus, du vom Feinsten. Ich kann die nicht leiden. Tja. Oh naja, gut, die ist schwanger. Von daher... Der Hormonhaushalt ist ein bisschen, ne? Da kann man sowas schon mal verstehen. Uh, der Wald. Der ist schön. Endlich sieht man den auch mal bei Tage. Da ist es nicht ganz so düster. Schönes Wetter. Ach. Als sie geht, gibt es nichts, was sie zurückbringt. Was ist ihr Problem? Ja, sie hat viel auf ihrer Meinung. Ein Baby in eine Welt wie dieses. Wie weit sind diese Fischstraps? Das ist nicht viel weiter. Ach, das ist schön. Ein bisschen Fischengehen ist doch was Feines. Dynamitfischen wäre doch was Feines. Niemand tut dir, wie zu schießen? Darüber meine ich, dass es richtig gut ist. Einer Idiot mit einem Finger kann schießen. Mein Freund Li hat mich gelernt. Das ist gut. Es ist wichtig heute Morgen. Es ist aber auch gefährlich, da so ein Tor so offen zu lassen. Auch wenn sie dumm sind. Mit Dummheit kommt man oft weit voran. Ich bin ein Wetter. Ich habe einen schönen 13-point-Buck, nur auf der Räden. Der Mann nimmt die Räden, er schreit die Räden, wie ich ihn zeigte. Und dann hör ich ihn zu schreien. Er dreht mich und sagt, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht schreien, Herr Pete. Bitte, nicht schreien. Echt? Keine Chance. Hey! Warum hast du nicht warten? Du willst uns schreien, während du auf einen Baum hüttet? Du wirst, wo der Räden liegt, Junge. Anyway. So, ich kriege die Räden aus der Hand, bevor der große Räden geht. Und dann, bang! Die Räden zieht. Der Mann hat mir fast gut gefreut. Und natürlich, der Räden geht weg. Was sollst du ihr erzählen? Denn du hast fast ihr Gesicht ausgelöst. Sieht sehr relevant. Ich versuche, sie zu wissen, dass es nichts mit dir persönlich ist. Warum hast du mir immer einen schweren Zeit gegeben? Weil du immer immer anderen anderen einen schweren Zeit gegeben hast. Ich apologize. Sie sind 17 Jahre alt. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Lass uns nur auf den Räden gehen. Sie versuchen mich immer 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 zu schreiten. Sie machen einen gut genug Job, wenn du dir selbst selbst machst. Sie machen einen guten Job. Sie machen uns wieder. Ich weiß, wo der Räden ist. Oh, Mann. Oh. 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 Vielleicht warst du einfach nur ein bisschen zu streng. Oh. Was ist da los? Angeln die Fische sich selber? Jesus, Mary und Joseph. Was? Ei, ei, ei. Da gab's ne Party. Der steht nicht mehr auf, mein Junge. Ah, voll von Hosen. Wer denkst du, das hat das gemacht? Noch nicht sicher. Aber es ist nicht deine average Gang von Fehlern. Das weiß ich nicht. Denke an das. Dein Carver? Was machst du? Wer ist Carver? Gute Frage. Wer ist das? Gute Frage. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Das ist ja mal spannend. Ah, ja. Wenn Menschen anfangen Menschen zu töten in so einer Situation. Vorsichtig. This one shot too. Through the head? Yep. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Okay, kann ich machen. Ach, das machst du. Gut, okay. There are more out there. This wasn't no rinky dink piss it match. What was it then? Fubauer. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ. Get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Was? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. 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 Who's going to get out of here? Who's going to get out of here? Who's going to get out of here? I'm on it. I'm on it. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look. Just keep your head off. Oh, der hat eine kleine Harpune in sich drinnen. Wie geht's dir? Same deal. Wir haben die Stückchen geschossen. Ich hoffe, das ist nicht jemand, das du weißt. Oh, nein. Gut. Zack. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Yo, kann ich machen? Dann bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn da? Dab dadadadadab, dab dadadadadab. Ich geh spazierend zu der Leiche rüber. Na, hast du was, was ich brauch? Mein Rucksack? Was hat dir passiert? Du warst in den Wald mit Christa. Die Frau, die ich mit hatte. Was hat mit ihr passiert? Bitte. Sag mir. Sag mir. Sag mir. Bitte. Na, das kannst du knicken. Du bist eh so gut wie tot. Ganz sicher nicht. Bitte. Was? Pete! Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Just, just lost my foot. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der wurde gebissen. Ich mochte Pete. Ich mochte Pete. Ich geh zu Pete. Auch wenn er jetzt gebissen ist. Noch ist er, oh oh. Jesus. Du musst was tun, Kleine. Nimm dir das Gebär. Hab es. Hab was. Hab was. Hab was. Hab was. Los, nochmal. Der Arm muss ab. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, ich muss nochmal drücken. Einfach nur. Gut, okay. Zack. Hinter dir. Jetzt sind wir wieder ein bisschen allein und überall sind Zombies und das gefällt mir grad gar nicht, wie sich der Tag entwickelt hat. Ich dachte, wir wollten fischen gehen oder so. Jetzt können wir aber rennen. Jetzt können wir sehen, wie wir kommen. Oh nein, ist das gemein. Next time on The Walking Dead. Ei, 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 ei. Das ist die erste Episode auch schon vorbei. Also wurde der doch gebissen, okay. Wahrscheinlich können wir den ins Bein absägen, was wir wahrscheinlich auch tun werden. Ein Mann? Achso. Hat er gesagt, was sein Name war? Wir wissen verdammt, wer es war. Wer ist er? Einer der Mann, die wir vorher mitbekommen waren. Was wird er tun? Wenigstens scheinen wir jetzt bei der Gruppe aufgenommen zu werden. Ich kann nicht weitergehen. Ich habe gedacht, wir haben etwa vier oder fünf mehr Tage, um die Mountainen zu erreichen. Wir sind nicht hier, um niemanden zu retten. Just relaxen und legen die Kugel, Mann. Ich dachte, du warst tot. Wer? War das, war das die St. Johns? Ich habe jetzt nicht wirklich, wirklich aufgepasst, wer das war. Eu, 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 eu. Okay. My choice is Episode 1. All that remains. Saved Krista. Ach, 84% haben das gemacht. Naja, können ja noch nicht so viele gemacht haben, ne. Ist ja gerade frisch rausgekommen hier. 80% haben den Hund gekillt. Gut. Freundlich zu Sarah waren 81%. 51% hier unten. Continue. Und da sind wir auch schon wieder im Menü. Ah ne, das ist gar nicht das Menü. Der Hintergrund ist nämlich auch im Menü. Deshalb dachte ich, hier sind jetzt also die Credits. Oh, haben wir echt gut gemacht. Das Spiel ist jetzt schon richtig genial. Schon nach der ersten Episode. Ich kann es kaum erwarten, dass die zweite rauskommt. Oh, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich würde auch sagen, wir reden gar nicht mehr groß um den heißen Breit drum rum. Es gibt hier jede Menge Sachen, die ich jetzt erst mal verdauen muss. Wir sehen uns bei der zweiten. Also bei der zweiten. Die dritte. Die dritte. Die dritte. Da sind noch thick, dass meine Sachen anyways. Ja. Wenn das pf. Rương ideally которые beide treizibut Bourde haben. Na... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.